es ist er die mitnehmen die Sonne los doch auch mitgenommen hier die sind auf jeden Fall die den einen kann man lassen sind los zu lassen ob sie gehen was ich nicht so aufpassen wird ganz ganz in die Tiefe verschwinden noch etwas rufen wird nicht so toll finden würde ganz in die Tiefen zu verschwinden komisch Fackeln unter Wasser leuchten aber so bleiben nicht haften ist auch ganz lustig so kleine Unterwasserwelt schön schön ich feier das echt extrems gerade röhle ein bisschen jetzt bin ich hier echt animiert da echt weiter zu suchen die ganzen Sachen abzusuchen das hat uns gut ich habe gesehen meine Drohne meine Drohne na gut toll Teichlinsen super ich habe Teichlinsen gefunden und aber was tun so ich hab heute in den gefunden die 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 zu können der da durch blöde Fliege tierisch auf Geist Eisenbieter Achso das Eisenbieter dann, aha das totes Holz einfach, aha cool oder war irgendwo nach Eiger au alter Pyramus Rex war das 4 ach da war dieser blöde Fisch Kriegsauer so auf jeden Fall wir sollten so wieder ein Bündchen machen ich glaube wir sind recht gut durchgekommen hier ich weiß natürlich jetzt ehrlich gesagt nicht ob alles gesehen haben was ist denn hier eigentlich aua alter warum hör 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 her entr so ich wollte eigentlich genau die werke bank wollte ich hierhin gehabt haben wollen tun möchten ich wollte mir immer so unter wasser irgendwie so unter so so unter wasser gucken machen wisse sind unter wasser guck die richtung jetzt weiterspüren da kommen machen einfach ich wollte doch gar nicht abspringen das hier alles ist da hätten wir vielleicht eine chance drauf ich habe ein boot denn jetzt mit muss man ein boot hin was ist denn ein boot jetzt hin boot ach willst du mich verarschen jetzt habe ich natürlich wenig leben dabei so kann man hier drin nämlich pennen und dann haben wir da eigentlich so wie entspannend wie entspannend ein bisschen pennen hier in der auch so ist ja alles weg flieder finde ich eigentlich recht angenehm so ist ja alles weg flieder finde ich eigentlich recht angenehm es ist verdammt dunkel hier muss ich mal gerade so feststellen wir werden nie wieder nach hause finden möchte ich eben nochmal so festhalten aber ich finde hier auch keine ein solch verbunden bisschen bedauerlich ob 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 dauerliche das war jetzt hier ist zu ich bin jetzt ein bisschen ich muss schon mal sagen wer von wunderhof oh hier ist wohl mal ein zombie gespawnt hm toll ich jetzt durchschwimmen ich weiß nicht ob das so gut ist es ist glaube ich nicht so gut was ist denn da ich lass mir einfach mal fallen oh hi 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 da leuchtet so ein bisschen ne hat so ein bisschen leuchtenden Flair muss man ja sagen huah so und so war ein schönes grün so war ein schönes grün ich such doch nur fahren ey ich brauche ich brauche fahren fahren das gibt es doch nicht kann doch nicht so schwer war ein hier fahren zu finden das finde ich ja fahren fantastisch ich mach fahren finden würde achso das war da wo wir vorhin drauf gehockt haben ging es nicht eh ich meine mutig 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 das heißt muss ich nur in die Richtung und dann wäre ich ja schon wieder fast daheim ich wollte mal in der Mokkoe da aussehen Prozent und jetzt sind es war nicht es sind Quatsch äh 5 4 stehen hier und vom von der oder die 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 da hätten wir aber nicht lange überlebt würde ich sagen sollte man vielleicht mal so ein wachen schild hin machen irgendwie so nah dran das fand ich nämlich wieder runter ich kenne mich doch ich kenne mich doch mit meinem glück wiese ich kenne mir ja mann da mit dem wasser versteht man ich war nicht gar nicht oder manchmal so komisch aussieht wenn es stimmt sind oder es wird einfach nur so ich würde jetzt auch so langsam gerne mal in die richtung heimaten gehen laufen auf jeden fall ja und haus ist hier unten eigentlich nur in diese richtung gehen der ozean denn ja ist schon sehr ich wollte jetzt einmal die insel hier noch mal abgeben ob wir vielleicht hier doch irgendwo fahren finden mach keinen schwan ich will doch nur fahren hahaha rosenstrau ich will jetzt um gerne ein 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 hünder ein 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 tierchen schlafen so 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 dieses und jenes und ein Mädchen wo ich nur was scheiß mit dem Gneiss langsam langweilig Brot voraus da müssen wir einfach lang mehr in die Richtung du 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 aber noch mal finden was schönes jetzt hab ich die hat gar nicht gekennzeichnet ne trottel ich versuche ein bisschen hier lang zu fahren vielleicht kommen wir dann schneller in die richtung der heimaten die die kuh alter was ist denn das und da liegt wahrscheinlich noch unser unser restlicher kram wo damals in den berg gefallen die labern bestimmt der rest von uns ganz sicher und so ein bisschen vorsichtiger fahren nein naja gut wir sind ja schon gut gefahren ob so ein pop ist der hopp hopp village raufschlucht so ach so ach so welche richtung wir sind bisschen ja ich will aber nicht in die schon wieder aber wir müssen trotzdem so irgendwie da lang ich bin immer noch kein fahrer gefunden mit dem jungen jungen ja lasst mich wollte mal aufhören die ganzen tierlanz zu töten für rucksäcke oder so wollte ich ja eigentlich dann nicht machen sollte eigentlich auch nur eine ausnahme sein sollte kein dauerzustand werden sollte kein dauerzustand werden sollte nur mal eine ausnahme werden so da kommen wir mit uns lieber ein weil es wird uns gleich erwarten sind außer steigen ach kohle meins Kuhle Kuhle ist meins die Kuhle ist es meines so und dann machen wir einfach zu ja da kommen wir noch steigen ist ja egal ist ja egal aber auf und wir pennen auch auf steigen wenn es denn sein muss ja meine Spitze ist jetzt fast kaputt das ist natürlich doof ähm so in welche Richtung müssen wir jetzt ich weiß es gar nicht mehr in diese Richtung war ja schon mal gar nicht so verkehrt wir sollten nochmal in einen kleinen Happen Schilder war schüttel schüttel es ist jetzt schien in die es ist jetzt schön ja gut in diese Richtung neuer Aua oh Aikaramba wer steht denn da und da Stranger schüttel schüttel und doch oder schüttel 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 so eine Sonnenblume hat doch auch was tolles na ihr schafe ach guck mal da habe ich das erste Mal rum probiert mit äh sogar Wirtschaft ist sogar noch nackt lustig ist das Schank wahrscheinlich nicht geladen hatte aber sogar ernten so, das lässt ihn noch nicht ernten den Tier wieder bin ich einbezogen? ne wahrscheinlich nicht sind ja alle gestorben sind sie hier na jauln sie ja schon wieder hier aus der Grube gewesen ich weiß warum ich diese Markierung gesetzt habe oder den ich nicht runterfallen möchte dort ganz sicher dort so sollen vielleicht wieder ein bisschen ein bisschen in die richtige Richtung wieder laufen wo ich habe Eisen gefunden ich habe Eisen gesehen und Eisen lassen wir ja nicht liegen das weiß man noch so so mehr muss aber nicht sein Schwerfahnd das ist der falsche Faden oder? ich guck mal ich guck mal wo haben wir denn jetzt hier unsere nie so in so das ich bin ja ich bin ich bin einfach nur blind es auch das auch der falsche Faden ach man ich will doch nur den richtigen Farben mal finden wie gemein wie gemein ey wie es winks bestimmt steht in den kommentaren und bis 30 mal an fahren vorbeigelaufen könnte ich mir bei meinem Glück nicht vorstellen die ihre nicht so abwegig die ihre übernehmen nicht abwegig fahren vorbei sie die sie an e die wurden stellen immer das denn schöner aber schöner wohnen passt hier ist schöner wohnen hier ist auch kein fahren mann eh fahren ich habe gesagt wir kommen erst wieder wenn wir fahren haben aber man soll ihnen dann wieder kommen zur weihnachten und ostern vorbei mann eh kommt mir an kriechen und heulen heulen attacke gleich ups ich will doch nur ein bisschen fahren haben da möchte darunter muss nicht ganz so doll wehtut wollte ich noch gesagt haben und dann war ich schon gefallen da war ich dann aber schon auf dem popo gefallen hallo habt ihr fahren ne hab da mir gedacht seid doch nicht so gleich so agru ey ich suchte nur etwas fahren wir sind sogar gleich schon zu hause und dann ohne fahren das war so eine Waffel du blöde Ente das war mir erschreckend das ist das ist das ist das ist den mann den was bundes Was ist das? Hier muss ich schon mal gewesen sein. Die Schafe sind so nackt. Heimat, ich kann sie riechen. Ich hab gefurzt. Nein, äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Natürlich nicht. Glaub ich. Kohle. Ich könnte ja eigentlich mal so n Ausguck machen, ne? Eigentlich hier so n... Hier oben so n Ausguck oder sowas. Was ist denn das da hinten? Oh, Lava. Uah! Ich hab immer die besten Ideen. Nicht. Da, 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 da. Hallo, sind meine Tierchen alle noch da? ja wunderbar so sonnenblumen ich gern mal umgepflanzt hallo vielleicht in die richtung wir fressen gerade sonnenblumen sagen das ist auch ganz toll das ist auch ganz toll lieber hier wir gehen besser nun mit knacken jetzt ach haben wir auch jetzt ja cool ich bin doch erst mal hier ach moin moin hallo hat sich gerade selbstständig gemacht steinert ja komm die reise hatte aber ihr ihr gutes das ist das ist das ist das ist das ist das ist das ist